Hallo, mein Name ist André, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS-Tools. Ich möchte euch jetzt unseren dreiteiligen Slim Power Impact Stecknusssatz vorstellen. Dieser besteht aus drei Sechskantnüssen, die in einem Kunststoffkoffer geliefert werden. Diese Nüsse sind farblich markiert, sodass auch die Schlüsselweiten sofort für jeden Monteur erkennbar sind und mit einer Silikonkunststoffhülle ummantelt. Diese sorgt bei Arbeiten an Alufelgen für beschädigungsfreies Arbeiten. Die Nüsse bestehen aus einem Chrom-Molidäenstahl und sind am Vierkant mit einer Kugelarretierung versehen. Die lange und robuste Ausführung erlaubt uns den Maschinenbetrieb mit einem Schlagschrauber. Bei der Räder- und Reifenmontage werden sehr hohe Kräfte übertragen und unsere Nüsse erlauben diese Übertragung durch einen entsprechenden stabilen Aufbau. Die drei unterschiedlich farblichen Ringe dienen nicht nur der optischen Unterscheidung der Nüsse, der Schlüsselweiten, sondern auch einer Stabilisierung der Nuss bei eventuellen Defekten, damit wir keine Beschädigung an Alufelgen oder Verletzungen der Monteure verursachen. Der auswechselbare Kunststoffmantel besteht aus einem sehr strapazierfähigen Silikonmaterial. Wie Sie sehen, können Sie diesen entsprechend austauschen. In der Nuss ist ein Kunststoffschutz, der die Oberflächen der Radbolzen oder Radmuttern entsprechend schont und damit auch für beschädigungsfreies Arbeiten sorgt. Durch die stabile und robuste Ausführung unserer Nüsse erreichen wir eine vielfach höhere Standzeit gegenüber unseren Wettbewerbern und können somit ihre Kosten im Werkzeugbereich deutlich senken.